Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Format auf YouTube und ich weiß nicht, warum das noch so war. Hä? So, jetzt? Ich gehe als niemand und ich das für zwei Schlafkriege. Ich habe mich hundert Wochen gespendet. Spaß! Ein Euro? Spaß! Hey, was war das Piepern? Bei Stage 4. Ich bin auch noch kein Meister. Habt ihr es gehört? Ich bin auch kein Meister. Ein Parkour. Ich bin aber schon mal zu Stage 64 gekommen, das ist mein Freund und ich nicht mehr weitergekommen. Sind wir nicht mal weitergekommen. Es war Buggy nämlich. Ich weiß nicht, warum es Buggy war. Jeder kommt wieder hoch. Und nur wir waren da sonst. Und das hat genervt. Mein eines wieder, mein allererstes, das hat 22 Aufrüfe und hier kommt alle einfach so hoch. Das ist so hoch. Das ist so hoch. Warte. Ihr könnt auch so machen. Auch zum Bewegung gehen. Ich wollte gerade so machen. Ja, ich bin ein Schlaumeier. S ethics 1 für das 1 und 1 2 2 Okay, ich mach gescheit. Warte. Ich weiß nicht. Nein. Wow. Warte. Achso, so geht es. Oder? Shit, holy moly, shit is what? Ich glaube, ich kann dies, diese, das Ganze hier nicht fertig machen heute. Ist es okay für euch? Ich meine, man kann, jetzt mach ich den Trick, wie mein Freund das hier gemacht hat. Er hat rausgesucht und da hat dran sein. Dann denken die alle so, hä, wie hast du das gemacht? Und dann fragst du aus einem YouTube-Video, aber erzählst dann niemand weiter, weil dann bist du... du bist dann gut? Aber dann machen die das immer. Und das wollt ihr alle ja nicht. Oder? Wenn ihr es wollt, dann dürft ihr es erzählen. Eure Entscheidung. Oh, und ich hab... Oh, und ich hab... Wollte das fast, weil... Schaffen. Hä, mein Karakter springt nicht. Hä? Loll Buggy. Ähm... So, Roblox-Zeichen. Und übrigens, ich hab das neue Roblox. Und das ist das neue Roblox. Das alte Roblox hab ich immer... Das... Das... Das nervt mich immer. Dass... Diese... Dass ich das nicht kann. Aber... Fertig. Und das ist schwer für mich. Aber manchmal auch einfach... Ich hab das schon mal versprochen. Ich hab dann... Spaß. Ich kann das nicht versprochen. Ich mach das nie versprochen. Ich mach das nie versprochen. Ich hab's einmal versucht. Und heute hab ich's auch versucht. Ich hab wirklich versprochen. Und bin hier gestorben. Und bin hier gestorben. Upsi. Upsi. An der Stelle... Warte. Nein. An der Stelle... An der Stelle... Warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020